Herzlich Willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um die Wurst. Und zwar habe ich ja vor zwei Monaten, Montagen, Entschuldigung, eine Verlosung aus, wieder was, zwei Monaten wieder was angekündigt, dass ich wieder was verschenke. Ich habe 10.000 Abos. Da wollte ich mich bei euch bedenken. Es haben sehr viele mitgemacht von 11 Mann. Und ich habe fast so viele Geschenke, nicht so viele Geschenke habe ich nicht. Und da habe ich gedacht, dass ich das Ganze heute auflöse und meine Geschenke unter den Mann bringe oder an die Frau hinter dem. Und ja, geht die spannende Sache los. Ich habe wieder quasi die E-Mails, die mir geschickt wurden, mit Nummern versehen. Das heißt, die erste, die eingegangen ist, bekommt die 1 und die letzte, die eingegangen hast, die letzte Zahl. Und so machen wir das ganze Spielchen. Und die Nummern werden dann in eine Kiste gepackt und daraus ziehe ich halt immer dann die Zahlen und zeige euch dann, was derjenige gewonnen hat. Bleib dran. So, jetzt haben wir 11 Mann mitgemacht. Brutal viel. Wie gesagt, jetzt auch so ein bisschen versteckt gemacht. Wird nicht so viele mitmachen. So, man sollte euch das Video schon angucken. Und zeigt halt, bei 10.000 Abos, wie viele sich das Video eigentlich angeguckt haben. Da habe ich ein paar Klicks drauf. Und auch eine interessante Geschichte habe ich euch dann erklärt. Ich wollte euch nicht genau verraten, was ich alles verlose. Und wahrscheinlich habe deswegen auch nicht so viele mitgemacht. Und ja, die, die ich jetzt mitgemacht habe, die waren ja belohnt. Jetzt habe ich elf Mails bekommen. Und ich werde jetzt als erstes diese Kamera, diese fliegende Fotokamera verlosen. Die geht jetzt raus. Habe ich schon mal getestet in dem Video. Und geht über WLAN, über Sendi kann man die Steuern und Fernbedienung mit dran. Und ja, das müssen wir einfach hier mal ziehen. Wer die hier kriegt. So, ich nehme mal das Zettelchen hier. Das ist aber spannend. Und ich habe hier die Numero, die Numero 5. Die Numero 5. Jetzt muss ich in meine Mailzeit gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Die Numero 5 ist Web 1. Web 1 hat diese Smart Folding Drohne gewonnen hier. Web 1 möchte ich jetzt noch drauf schreiben. Sonst vergesse ich das. Ich schreibe das mal hier drauf hier. Web 1. Herzlichen Glückwunsch. Web 1. Und die Frage war richtig beantwortet. Das geht an Web 1, diese coole Drohne. Web 1. Okay. Jetzt kommt das nächste. Und zwar habe ich diesen Hammer. Ja, relativ einfaches Fahrzeug, aber auch nicht schlecht. Schön gestylt. Fällt mir relativ gut. Und der kommt jetzt unter dem Hammer. Naja. Die Numero. Die Numero. Die Numero. Die Numero. Die Numero 9. Numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wolfgang Zöller. Ich hoffe, du fährst nicht so ein Hammer. Hier für dich. Hier für dich. Dieser Hammer. Zum Hammerpreis. Nimm ich kostenlos heute. Ja. Viel Spaß damit beim Rumfahren. Vielleicht kannst du ein bisschen auf deine Möbel driften. Keine Ahnung. Der geht an Wolfgang Zöller. Dieser Hammer. Wie. Schon mal aufschreiben hier. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Und die nächste. Das ist ein größer Karton. Und zwar ist das hier die Haldi Drohne. Die hat mir sehr viele Klicks schon eingebracht. Das letzte Jahr 2017 auf den Markt gekommen. Kommt mit allen Pipapo dran. Ich weiß gar nicht, ob der Zettel in unserem Bett drin ist. Entschuldigung. Ja. Und wie gesagt. Eine coole Einsteiger Drohne. Und mit einer Kamera. Die ist halt nicht so berauschend. Aber wie gesagt. Gehört. Schenken maul. Gucken wir nicht ins Maul. Schenken kasten sauer운�es Gaueln. Gucken wir nicht ins Maul. Das geht hier an die Nummer drei. Nummer drei ist ... Eins,zweie,drei... Das ist der Daniel Kritzler. Teil mitgemacht herzlichen Glückwunsch an die Nummer 3 die hier diesen großen Quadrocopter-Gewalt hat viel Spaß damit und ja freue ich mich für dich ich hoffe, die freut sich auch und um das nächste Produkt zu holen dieses Trifffahrzeug ich habe euch ein Video vorgestellt der Karton sieht ein bisschen totaler aus, leider auf dem coolsten Sportweg das ist hier so ein Mitsubishi Evo sehr cooles Design packe ich jetzt nicht großartig aus zum Driften, ja ist wirklich einfach gemacht, aber okay sieht cool aus und jetzt werden wir den jenischen ziehen der den kriegt mal ein bisschen hier Chancen erhöhen jetzt nehme ich mal den hier den Zettel so und jetzt haben wir hier noch die Nummero 10 Nummero 10 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Konani Konani hat dieses Tröpffahrzeug gewonnen herzlichen Glückwunsch Konani habe ich hier noch eine Brille Videobrille würde ich auch gerne verlosen ausgleich gezogen hier ausgleich gezogen hier ein bisschen ein bisschen bobel mit einer Hand immer hier und ich habe hier die Nummero 4 Nummero 4 die Brille gewonnen der Martin Pradaz hat dieses gewonnen hier draufschreiben Aldi die habe ich jetzt hier nebenan noch nicht eingepackt die verlose ich jetzt hier den ziehen hier das ist die Nummero 2 die bekommt jetzt diese Drohne und das ist der Super Luigi 2004 Web der hat hier diese Drohne gewonnen ja da gab es beim Aldi noch Garantie drauf ich weiß nicht ob er noch drin ist hier herzlichen Glückwunsch und jetzt kommt das absolute Highlight ich habe überlegt ob ich schon verlosen soll oder nicht aber wie gesagt bei mir steht er wirklich nur rum ich habe 2-3 Videos davon gemacht und passt auf ein Bonus diesen Jeep hier wirklich sehr detailreich und die haben wir jetzt hier mit professioneller Fernsteuerung sehr cool wir werden uns einfach hier mal ziehen wer den kriegt spannend hier liebe Zeit und die Nummer 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Harald Kühlein Harald mein Freund Harald du hast diesen Jeep gewonnen ich hoffe das ist viel Freude da dran an dem Auto wirklich sehr cool da habe ich noch ein Tuning rein gemacht vorne das war kaputt gewesen das konnte ich nicht mehr machen ja hier mit Faltverdach ich hoffe du freust dich und hast Spaß an dem Auto und da habe ich noch einen Preis und zwar habe ich hier noch mal eine Videobrille die ich hier verlose wer die kriegt die Nummer 1 Mario Weisbach hier diese virtuelle Brille wird Sendy reingeklemmt und ihr könnt mir hier die 360 Grad Videos anschauen die Hauptsache der Mario so ich habe jetzt noch drei Lose übrig ja die haben leider zwar nicht gewonnen mehr Sachen wollte ich jetzt auch nicht ausloben ich sagte Bruttokosten wer auch immer kommt mir alles auf mich zu und ja ich hoffe ihr freut euch da drüber und ich schreibe jetzt noch alle nochmal an per Mail wenn ich das Video dann hochgeladen habe und wünsche euch viel Spaß mit dem Gewinn und bleibt mir gewogen empfiehlt mich weiter ich gebe mir nur Mühe bis dann für die Ciao Ich gebe mir nur nur also immer so ist be Castell Jus ich 희